Heute seht ihr die Top 5 der besten Roblox-Spiele aller Zeiten. Am Ende des Videos ist sogar ein geheimes Spiel versteckt. Das willst du auf gar keinen Fall verpassen. Los geht's! Kaspar, gib Gummi! Ich drück drauf! Der Hai ist hier irgendwo im Wasser, ne? Ich guck mal, was für ein Hai? Ja, hier ist irgendwo ein Hai. Du siehst das hier. Nein, es gibt schon lange keine Haie mehr. Doch, wirklich? Es gibt keine Haie mehr. Der wird vom Hai verfolgt, glaube ich. Nein, der fährt einfach nur komisch rum. Es gibt keine Haie mehr. Ich hab doch eben einen gesehen. Es gibt keine. Oh mein Gott! Die ganze Zeit habe ich auch was gerade gesehen. Eine Schwanzfasse, genau auf uns zu schwimmend. Auf uns zu? Oh nein! Was? Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wow, ich liege unter dem Boot. Kaspar, wo bist du? Ich bin hier oben auf dem Boot. Ich komme, ich komme, ich stamm. Nein, er kommt! Wo bist du? Nein, er hat dich geholt. Nein! Er hat mich, und jetzt bin ich auch ein Hai. Was? Jetzt bin ich ein Hai. Ja, Mann. Oh Gott, ich bin hier, glaube ich, in Sicherheit. Ja! Ich glaube, ich sehe dich. Nein, bitte nicht. Bist du das hier? Nein! Die schnapp ich mir. Ich bin hier auf so einem Hocker. Die schnapp ich mir kollegisch. Der ist tot. Oh mein Gott. Die sind an Land gegangen. Er hat mich auch gegessen. In voller Schock. Ey, ich bin ich auch ein Hai geworden. Ey, der schießt auf mich. Lol. Aufhören, aua! Das ist so infiziert. Da vorne sehe ich einen. Das ist infiziert, ja, safe. Wie kannst du, wie kann man ihn angreifen? Wie kann man angreifen? Einfach nur hinschwimmen. Oh mein Gott, den habe ich gefuttert. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh, warte, pass auf, der wird zu einem Boot. Wo sind noch mal welche? Der wird jetzt keine Chance haben. Oh mein Gott, ich habe ihn umgeworfen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Guck mal, jetzt ist es schön. Ich bin der krasseste Hai. Einer wird jetzt gerade gegessen. Alter, ich hole mir jetzt ein Boot. Ey, der hat mir das geklaut. Warte, warte. Der schießt auf mich. Alter, wir sind so viele. Ey, ja, der schießt auf mich. Ich habe ihn gegessen. Alles gut. Alles gut. Hast du ihn okay, Sam? Nee, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Jetzt habe ich ihn. Sehr gut. Ah, wir haben gewonnen. Okay, das war mir für eine coole erste Runde. Aber das Ding ist, es kommt noch gleich viel, viel krassere. Oh nein, der Hammer hält es halt. Nein. Was? Um Gottes Willen. Fahr bloß weg, Kasper. Warte, warte. Wo wollen wir uns verstecken? Wo wollen wir uns verstecken? Bleib kurz stehen, bleib kurz stehen. Ja? Ich habe jetzt hier nämlich eine Pistole. Wenn er kommen will, soll er kommen. Ich habe auch eine. Ich habe auch eine. Okay, warte mal. Wo siehst du ihn? Am besten bleib mir stehen auf einer Stelle. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Das ist so ein gelbes Zeichen, hast du ja gesehen. Stimmt. Schieß am besten nicht auf den sonst. Fahr doch mal. Du kannst nicht stehen bleiben, wenn er gleich kommt. Hä? Ich dachte, ich soll stehen bleiben, hast du doch eben gesagt. Ich glaube, er wird gleich kommen. Okay. Ich sag dir, ich bin hier bereit. Wo soll ich uns verstecken? Ich bin hier bereit. Ich weiß auch gar nicht, wie viele noch leben. Sag mal, du hängst da ein bisschen auf halb acht nach vorne. Ich hänge echt ein bisschen auf halb acht. Warte, ich musste dir kurz aus dem Chat reinschreiben. Setz dich mal lieber hin. Setz dich mal lieber hin. So. Oh nein. Schiffbrüchig. 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 Oh Gott. Komm rauf, komm rauf, komm rauf. Du musst dich hinsetzen. Okay. Ich sitze, ich sitze. Okay, mach ich dich vollspiel. Also. Guck mal, ob ich den irgendwo sehe, den Hai. Ja, wir müssen schön gucken. Wenn du den Hai sehen solltest, dann musst du auch wirklich direkt loslegen. Muss ich dann schon. Fahr am besten so außen rum oder so. Oh mein Gott, das war ein Fisch. Ich dachte, das wäre der Hai gewesen. Schwimmt da einer vor uns? Können wir da einen retten? Äh, ich weiß aber, ob das schlau ist, welche retten sollen. Der Hai kommt. Was holt ihr? Halt an. Oh. Nein. Schwimm. 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 Heils, aufteilen, aufteilen. Au. Au. Er hat mich. Schießen ab. Die Welt ist dunkel. Nein, jetzt bin ich im dunklen Wasser. Au. Er holt dich. Ich bin im dunklen Wasser alleine. Er holt dich. Wir schießen ab. Wir schießen ab. Au. Schieß. Er hat mich aufgeholt. Nein. Das kann nicht sein. Wir müssen doch mal besiegen können. Leute, guckt mal. Stadivani schreibt. Alle abonnieren und liken. Also macht das jetzt, Leute. Lasst ein Like und Abo da. Yo. Guck mal. Oh, der Hai wurde freigelassen. Was? Wo bist du? Nein, du bist rausgefallen. Ich bin im Wasser. Schnell, lass mich hier rein. Oh mein Gott. Was bist du auf einmal rausgesprungen? Sag mal, was ist das denn? Ich bin nicht rausgesprungen. Ich bin rausgefallen. Ich bin im Wasser bei mir gespawnt. Okay, weil die Stämme hier besser mit der Pistole. Nee, setz dich lieber. Du kannst auch trotzdem mit der Pistole vorher. Okay, okay. Dann setz dich lieber. Ich gucke, ob der Hai irgendwo ist. Oh mein Gott, da hinten rechts beim Leuchtturm. Wo beim Leuchtturm? Da fährt der. Oh mein Gott, der hat das schon drei Boote geholt. Oh, der hat jemand kaputt gemacht. Oh mein Gott. Was ist denn die für ein großes Boot da vorne? Alter, ich sehe jetzt auch gerade so ein krasses Segelboot. Okay, wir müssen jetzt eine Taktik herausfinden, wie wir am besten jetzt den Hai aufhalten können. Machen wir es am besten. So, da vorne ist gerade der Hai gesichtet worden. Können wir irgendwo auf diesen Inseln was einsammeln? Ja, sagst du was. Soll ich mal versuchen, drauf zu landen? Geht das? Ah! Ja! Nein! Oh nein. Oh nein. Kannst du doch fahren? Ja. Nein. Ich kann aber nicht mehr so richtig. Nein, nein, der geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Ein Sauerstoff geht aus. Was machen wir jetzt? Was wollen wir? Warte mal, kann es nicht mehr gehen? Warte mal, kann es nicht mehr gehen? Warte mal, kann es nicht mehr gehen? Ja, weil ich das... Kannst du nicht drehen oder so, das Ding? Ne, ne, das geht nicht. Ich versuche noch. Warte mal. Ah, ich bin ausgestiegen, verdammt. Jetzt war es das. Nein. Ich bin oben drauf, komm auch raus. Ich sitze, weil du kannst dich wieder hinsetzen. Das heißt, wir können mehrmals probieren. Ach so, okay, warte mal. Wir können jetzt hier schön, pass auf, ich werde jetzt hier, ich hinsetzen. Fahrer Sitz, geh rauf und jetzt probier mal da, ja. Und jetzt? Du schaffst das. Was? Kannst das? Los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ja, ich nehme mich hinten auf. Oh mein Gott. Ja. Sehr gut. Ich habe es geregelt. Sehr gut. Junge, du Maschine, ey. Alles easy. Wo fahren wir jetzt hier am besten lang? Gute Frage, warte mal da vorne. Da hinten ist der Hai angriff. Ich weiß gar nicht, wie viele leben noch. Ich glaube, es leben nicht mehr so viele, ne? Es sind nur noch so fünf, sechs Leute neben uns. Ja, aber noch sehe ich ihn nicht. Also wir können anscheinend nicht auf diese Inseln rauf, ne? Ne, das sollten wir lieber nicht noch einmal probieren, würde ich sagen. Ich habe auch gerade, ich habe 25.000 Zähne. Hast du auch so viele? Ja, ich habe 300 Zähne. Wieso hast du 25.000 Zähne? Ich weiß, vielleicht wurde das von SharkBide 1 oder so übernommen. Könnte auch sein. Ne, 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 ne. Guck mal, jetzt ist das schön. Fahr jetzt los. Fahr los. Anrichtung. Dreh um, dreh um, dreh um, dreh um. Warte mal, das Boot will ich, das Boot will ich, das Boot will ich. Schnee bleib ich, ne, ne? Oh, ja. Sehr gut, okay. Okay, lass uns abhauen, lass uns abhauen. Okay, wir müssen erzählen mit dem Boot. Was machen wir am besten? Ich gucke gerade, wo der High ist. Ich gucke gerade, wo der High ist. Ich gucke auch gerade, wo der High ist. Da könnte er wahrscheinlich irgendwo... Ich glaube, der kommt gleich. Denkst du, der ist hier irgendwo? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt jede Sekunde kommt. Denkst du? Ich sehe ihn am jeden Fall nicht unter uns. Oh, wir sind noch zu... Ey, hör auf. Was machst du? Was machst du? Wir sind nur noch zu dritt. Nein. Nein, nein, nein. Wo siehst du das? Der kommt, glaube ich, oder? Oh, nein. Aufteilen, aufteilen. Der kommt, der kommt, der kommt. Er geht auf dich. Nein, nicht auf mich. Ja. Nein, ich sehe ihn. Wo bist du? Nein, du musst ihn einsammeln, schnell, bitte. Der frisst mich direkt. Der hat mich direkt gefressen. Oh, nein, okay. Oh, Gott. Ich bin der Vorletzte. Schnell, ich muss hier weg. Mann. Ist er irgendwo hinter mir? Mann, ey. Ich such ihn gerade. Ich sehe ihn nicht. Oh, mein Gott, der Typ ist auf der Boje. Auf der Boje. Du musst ihn einsammeln. Wo ist der? Auf der Boje ist der Typ. Der High kommt. Vor dir ist der letzte Typ. Vor dir ist der letzte Typ. Der High kommt. Ah. Schnell. Nein. 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 Wo ist der? Nein. Aua. Er hat mich. Oh, ei, 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 ei. Jetzt kommt der High Casper, aber der wird keine Chance haben, denn ich habe mir das krasse Speedboot gekauft. Alter, für 18.000 Zähne. Ich weiß, das sind so viele Tausend Zähne gewesen. Und guck mal, da drüben ist das der Stunny Bunny. Der schießt auf uns. Das ist der, glaube ich, da in dem krassen Boot. Alter, ich guck mal gerade. Oh, mein Gott. Wir sind so schnell und gewendig. Wir können jetzt richtig den High ablenken auch, ne? Eigentlich schon. Also, wir sind echt... Oh, guck mal. Die fahren dann direkt mit diesem krassen Schiff los, ne? Die fahren auch direkt dahin. Die wollen, glaube ich, direkt Stress machen oder so. Ich glaube, die wollen echt richtig Stress machen. Oh, guck mal, wir sind mit dem krassen Boot hier unterwegs. Das sieht so cool aus. Oh, mein Gott. Wie cool das aussieht. Wie schnell wir auch einfach sind, ne? Nee, nee. Ey, das ist so crazy, Alter, das Boot. Wer ist hier vor uns? Wer ist das? Ich guck gerade, das sind irgend so... Da sind so richtig langsame. So ein richtig langweiligen Boot ist hier. Das ist ein Rentnerboot. Ich guck gerade mal. Da stand die Bunny. Ramm ihn mal, ramm ihn mal. Komm, ramm ihn. Das Boot ist einfach verkehrt da rumgegangen. Komm, nehm ihn mit. Komm, wir nehmen ihn mit. Ja, ja. Er könnte hier eigentlich theoretisch rauf, wenn er möchte. Ja, los. Ne? Bleib still, komm rauf hier. Komm, rauf hier. Oh, mein Gott. Der Hai kommt, oder? Weg, 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 weg. Boah, wir sind so krass schnell mit dem Ding, ne? Oh, mein Gott, der... Hä? Was ist das denn? Das hat man gesehen? Ja, das... Wahrscheinlich war die Bunny mit. Er ist abgesprochen. So ein kleiner Ninja, oder so war das gerade... Okay, da vorne rechts ist der Hai. Da hinten, wir müssen ihn... Wir müssen ihn einsam nehmen. Lass ihn mitnehmen, lass ihn mitnehmen. Okay, okay, komm. Sprich rauf hier! Oh, mein Gott! Du Assi! Wow! Du Assi, Alter! Das war das Boot gerade für ein Breakdance. Komm mal auf! Komm mal auf! Hallo, wir müssen... Ich glaube, der Hai kommt, oder? Pass auf, hier ist unser Boot. Kommt der Hai? Weiß ich nicht. Ich war mir gerade nicht sicher. Ich fahre lieber ganzes Mal ein bisschen weg. Oh, da vorne sind die wieder. Ramm die jetzt! Kommt Vollgas! Oh, mein Gott! Wow! Was ein krasser... Die kommen wieder, pass auf! Pass auf, die rammen. Nein! 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 Was soll das denn? Nein! Warte. Die müssen uns rammen, die müssen uns jetzt wieder rammen. Trick 17, Trick 17. Verdammt! Komm, komm, nochmal, 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 nochmal. Ey, das kann nicht sein, oder? Die drehen, die drehen, die drehen, die rammen uns jetzt, die rammen uns jetzt. Ich hoffe doch. Rammt uns! Verdammt, warte. Ja. Wir müssen jetzt hier gegen fahren, glaube ich. Jetzt, jetzt. Ja! Nein! Was? Oh, mein Gott! Wir sind ein Unruh. Oh, mein Gott, Digga! Hä? Rammt uns bitte! Oh, mein Gott, wir kommen schon! Nein! Nochmal, nochmal, wir übersteigen uns hier und drunter. Nein! Ja, ja, ja! 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 Verlost, verlost! Verlost! Oh, mein Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich muss mich wenden, 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 wenden. Der ist direkt da unter uns. Digga, was war das für ein krasser Flip? Oh, mein Gott, der kommt, der kommt, der ist genau unter uns. Ehrlich? Er ist genau unter uns, er ist genau unter uns. Irgendwas ist gerade gestorben, er ist gerade gestorben. Ey, der wird hier keine Chance haben. Ich glaube, er frisst da. Da kommt er, siehst du ihn links? Er ist untergetaucht, bei den roten, da, beim roten. Oh, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Kommt das zu uns? Oh, mein Gott. Der kommt nicht zu uns, glaube ich. Der traut sich nicht. Wo ist Stunny Bunny? Ich glaube, Stunny Bunny hat es erwischt, ehrlich gesagt. Den hat es, glaube ich, echt erwischt, oder? Lebt er noch? Ich glaube, das war der, der lebt. Der lebt nicht mehr. Okay, lass nach vorne das Boot auf jeden Fall crashen. Oh, ja, du sagst doch. Als Rache, dafür, dass sie uns gerade umgeworfen haben. Wir kommen jetzt richtig so aus dem Winkel, dass wir uns gar nicht sehen. Und jetzt, zack! Volldampf! Yeah! Fuck! Ja! War ein bisschen schon? Nochmal, 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 nochmal. Jetzt sind wir mal ganz soziere. Also manchmal lenkt das Boot nicht, ne? So muss es. Ja, das ist... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hey! Rettung! Rettung! Wo kommt der her? Oh, mein Gott. Rettet uns, rettet uns, bitte. Nimm uns mit, bitte. Bitte, rettet uns. Bitte! Oh, Gott. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Schießen ab, ich bin hier. Nein, der hat mich! Ich hatte noch einen Raketenwerfer. Ich hatte noch einen Raketenwerfer. Nein. Nein. Der hat mich einfach geholt. Mann. Wow, Kaspar, guck mal. Wir sind Angler jetzt. Wasser, ne? Ja. Oh, nein. Der Hai. Der Gas. Ein riesiger Hai, der uns tressen will, oder was? Oh, mein Gott. Der Hai wurde freigelassen, Kaspar. Warte mal, können wir den angeln? Warte mal, lass mal probieren, oder? Warte, da vorne. Hast du gerade da vorne die Schwimmflosse gesehen? Nee, wo denn? Wo war gerade die Schwimmflosse? Warte mal, ich schwimme mal ganz kurz. Ich fahre mal ganz kurz dahin. Ja, warte mal, warte mal. Fertig, perfekt. Backbord. Ich kann auch gerade. Steuerbord. Ich habe ein Jagdgewehr, ne? Alter, da hinten frisst der Hai gerade das Boot auf. Oh, mein Gott, geh hin. Oh, nein. Ich geh mich da hin. Ich fahre da weg. Ich fahre weg. Ist unten rechts, wie viele Zähne wir haben, oder was? Wir haben schon 30 Zähne, oder was? Ich weiß gar nicht. Warte mal, wir können doch hier auf die Insel oder was gehen. Ja. Was ist denn hier vorne? Warte, das ist eine Schwimmel... Warte, was ist das für eine Ente da? Alter, warte mal. Moment mal. Ich glaube, das stinkt doch. Hier muss doch irgendwas... Hier wurde doch schon was gekentert, oder nicht? Soll ich mal reinspringen? Soll ich mal reingucken? Ja, ja, geh mal rein, geh mal rein. Ich gucke mal gerade. Oh Gott. Hast du die? Aber kannst du stehen. Ich kann hier stehen, ja, aber sonst bringst du eigentlich nichts. Warte mal, warte mal. Ich muss mal... Haben wir ja irgendwo... Ich gucke gerade mal. Also, ich kann auch nachladen. So, ich habe nachgeladen. Bäm, bäm. Wo ist denn jetzt der Hai, ist jetzt gerade die Frage. Wollen wir uns... Der ist irgendwo, wird der hier... Können wir uns vielleicht auch upgraden, die Waffe, dass wir wie so ein Zielfernrohr bekommen? Hier hat doch Waffenkammer. Na, Pune, kannst du dir auch kaufen? Beim Geschäft, oder was? Ja, auf die Ordnung, Ray, ganz so eine Strahlkanone. Oh mein Gott, nein! Hey, hey! Hey, Broxel! Kaspar! Nein! Oh mein Gott, verweck! 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 Du bist ein Scheuermann! Oh mein Gott, ist das ganz dunkel geworden! Schnell weg, der hat das Boot gegessen! Schieß ihn ab! Oh mein Gott, oh mein Gott, ich schieße, ich schieße. Warum ist das jetzt gerade so dunkel? Fahrt mal nochmal hin, ich schieße auf den. Oh mein Gott, okay. Okay, komm, Angriff. Nein, die sind gestorben, die sind gestorben. Ich bin runtergefallen. Kaspar, komm schnell rein. Kassar, komm rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das klappt? Der Hai kommt, der Hai kommt, der Hai kommt, der Hai kommt. Da hinten ist er, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Oh mein Gott. Ich bin kaum, weil es so dunkel ist. Ist echt so dunkel. Nein, ey, du bist doch eigentlich wirklich der schlechteste Fahrer. Kaspar, der Hai! Mann, Kaspar, weil du runtergefallen bist. Ich trinke einfach rum und einmal wissen, ich trinke halt mich auch. Toll, danke schön, Kaspar. Hat ja super funktioniert. Ist nicht meine Schuld, ey. Weil du runtergefallen bist. Juhu, ich bin high geworden, Kaspar. Ich bin high geworden. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Und du auch? Und der nächste High wird... Ja, wir sind zum High. Oh mein Gott. Let's go. Okay, das heißt, wir haben jetzt so eine Bonusrunde mit so zwei Highen. Und jetzt sind wir beide einfach High. Ja, lass uns jetzt. Ja, juhu. Wir werden alle aufessen. Den, 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 den. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Wow. Wow, was ist denn das? Bist du auch so ein First Person? Ja, ja, geht abschalten, du. Alter, ist ja mega schwer zu. Es gibt auch einen Schub, den du dir hier holen kannst, ne? Aber warte mal, kann man nicht irgendwie seine Sicht ändern? Alter, ich weiß das auch nicht. Ich hoffe es irgendwie, oder? Warte, da vorne. Siehst du das? Da vorne? Was meinst du? Sind das Boote oder so? Oh, es ist der Helm. Da ist die Titanic. Guck mal, die Titanic bleibt weg. Wo ist sie? Da vorne. Pass auf, ich hole mal jetzt einen Schub. Da ist sie. Los, Angriff. Ich greife sie auch an. Ich greife sie auch an. Wow, ich gehe auf die Titanic rauf, Kaspar. Ich sehe es, ich sehe es. Los, ich greife an, ich greife an. Alter, du bist auch ziemlich... Ey, hinter der Berg. Du von rechts, dich von links, okay? Ja, ja, okay. Schub. Ich mache auch mal Schub hier. Ich habe die gleich. Titanic. Ich werde schön untertauchen. Und jetzt werde ich... Oh mein Gott, ich bin in der Titanic drin. Ich auch. Oh mein Gott, die ist schon richtig gut zerledert. Gott, ich habe die richtig kaputt gemacht, glaube ich. Oh, da bist du. Ich habe die gerade gut gesehen. Los, ja, ich gehe auch. Ey, was passiert dir? Oh mein Gott, was passiert? Alter. So, ich glaube, ich muss mal gerade fressen. Ich muss einmal ganz kurz... Oh Gott. So, wir müssen auch noch gucken, wo sind die ganzen Leute, die übergeblieben sind. Ja, wo sind die Leute? So, kurz alles aufreißen. Ist hier noch versteckt oben drauf? So, und dann... Boah. Ich mache einmal ganz kurz, so, dass ich drehen kann und dann sehe ich ja, was da abgeht. Oh, das Boot ist voll kaputt. Die sind noch versteckt, die sind da noch drin, glaube ich. Ja? Ich glaube, die sind noch im letzten Teil. Das kann gut sein, ich glaube, hier sind auch welche. Ja, hier schwimmen hier rum. Die kaputt. Oh, wo schwimmen die? Direkt über mir. Ich glaube, ich habe einen geholt. Ach, da sind das die da hinten hier, dann kriege ich... Da sind das so diese Buchstaben, die man sieht, ne? Genau, diese roten Sachen. Ach, dann schwimmen die vor einem weg. Nein. Oh mein Gott, hier ist... Oh mein Gott, oh mein Gott, hier ist... Ich bin hier voll in der Unterwasserhöhle. Wo bist du denn? Ich bin voll gegen die Wand. Ich bin voll gegen die Wand. Nein, ich komme hier nicht mehr raus. Wo bist du? Hallo. Ich bin hier unter der Wasserhöhle. Warte, hinsichtlich hüpfen. Ich hole mal ganz kurz einen Boost. Ich sehe hier ganz viele. Der Hai ist unterwegs. Ey, der hat ein eigenes Boot. Ja, den hole ich mir jetzt auch. Der Hai kommt. Ey, ich habe ihn nicht gesehen. Ey, der schießt auf mich. Die schießen auf mich. Pass auf jeden Fall ein bisschen auf. Wow, 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 alter. Hast du einen geholt schon? Alter, ich habe die. Ich habe ihn gegessen, ich habe ihn gegessen, glaube ich. Ich auch, ich auch. Sehr schön. Ist hier noch irgendwo einer? Hier muss irgendwo was sein. Ich glaube, hier war gerade noch einer. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Müssen wir gerade umdrehen. Oh Gott, da schwimmt der. Ich habe ihn. Jawohl, den nächsten. Sehr schön. Ey. Ist hier noch einer? Hier sind noch zwei Stück. Die muss ich mir... Da sind die da vorne. Die hole ich mir jetzt. Ich sehe dich. So, der schwimmt da. Der schwimmt hier. Der schwimmt hier. Warte, geh drauf, ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe es. Ich habe ihn. Ich habe ihn noch eingegessen. Ich schuhe mir den linken hier. Ich schuhe mir den linken hier. Ich schuhe mir den linken hier. Und bam. Hab ihn auch. Sehr schön. Warte, meine vorne. Was war das Boot da vorne? Wir haben noch 50 Sekunden. Komm schnell. Das Boot fährt, macht komische Sachen. Wie, das Boot macht komische Sachen? Das macht komische Sachen. Oh mein Gott. Schub. Komm, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt... Ey, du hast mein Schub aufgebraucht. Schnell, wir müssen boxen, komm mit, komm mit, komm mit. Ja, ich bin hier hinten. Ja, ich sehe es gerade. So. Sind noch 30 Sekunden. Ja, ich bin direkt hinter dir. Komm, wo sind die denn? Gib Prost. Hier. Oder so, oder? Hab ihn. Hab ihn. Oh mein Gott, ich hab ihn, ja, ich hab ihn. Zu beide? Da muss noch irgendwo jemand sein. Zu beide? Einer noch irgendwo, einer noch. Da hinten, ein letzter. Links, da, hinter dir. Hinter dir. Schnell. Wo denn? Ich seh' nicht. Er ist weg, ist weg, ist weg, ist weg. Er ist weg. Nee, hier, rechts, 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 rechts. Wo denn? Die Titanic, der muss auf der Titanic sein. Da, ich seh' ihn. Greif die Titanic an. Nein. Nein. Nein, ein letzter. Ey, weil auf so einer komischen Buggy Titanic rumhängt oder so. Ja, da hing da fest die ganze Zeit. Och nein. Ich hab ihn jetzt gerade gegessen. Oh mein Gott, ich hab ihn gerade am Ende gegessen. Ach, Mann, oh. Schade. Mann, egal, nächste Runde. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, nächste Runde. Und der nächste Hai wird? Oh, es gibt auf jeden Fall wieder zwei Haie, ne? Hast du gesehen? Es gibt zwei. Ah, es gibt wieder zwei? Okay, okay. Okay, was ist das denn? Bin ich jetzt wieder Hai? Bin ich Hai? Bist du ja wieder Hai, das kann ja sein. Oh, ich bin wieder Hai. Ich hatte nur 4% Chance. Du bist wieder Hai. Okay. Oh mein Gott, wie krass. Das heißt, ich kämpfe gegen dich. Ja, ja. Aber ich hab hier meine Harpune ausgerüstet. Ich werd damit auf jeden Fall, auf jeden Fall auf dich schießen. Und zwar auch ordentlich, ne? Oh mein Gott. Du bist gleich so vorne. Okay. Hätte hier auch mal jemand die Titanic oder wollen die nur rumstehen und gucken? Okay. Oh, die Titanic. Ah. Okay. Ich seh den Hai. Ich seh den Hai. Oh mein Gott. Alter, ich kann richtig tief schwimmen, ne? Äh, okay. Ich lass hier grad auch so sehen, dass Schlauchboot runter. Ich lass das Schlauchboot von denen runter. Oh mein Gott, da bist du. Bam. Bam. Oh mein Gott. Bam. Ey, das sind einfach 10 Leute auf dem Schlauchboot. Bam. Ich hab einen gegessen. Oh Kasper, da bist ja du. Nein, lass mich nicht. Lass mich bitte. Lass mich bitte. Oh mein Gott. Geh nicht so nah an mich. Wo sind die auf dem Schlauchboot, hä? So. Bist du sie nicht im Wasser. Die Titanic wird von unten kaputt gemacht. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall... Oh, hier sind so viele. Bam. Ja. Alter. Oh Gott. Ich hab ganz viele geholt. Oh hier noch einen. Oh mein Gott, wie viele holst du da auf einmal? Juhu. High Action. Oh Gott, oh Gott. Da ist noch einer. Wow. Noch einen gegessen. So. Alter, das ist gut. Alter, hier sind so viele. Hier sind so viele. Noch eine. Ja. Oh, bist du auf dem Schlauchboot oder was? Ja. Vielleicht. Nein, lass mich. Das bin ich gar nicht. Ja. Ich hab den nochmal gegessen. Wo bist du denn, hä? Alter, hier sind so viele. Oh, warte mal. Ich bin auf jeden Fall versteckt. Da kommt der. Ich schieße auf dich, Brock. So, ich führ. Nein, der andere hat mich geholt. Ich hab ihn nicht gesehen. Was nicht? Nein. Oh, und ich hab noch ein paar geholt hier. Es lebt noch ein anderer noch, ne? Dein letzter liebt euch noch. Ich hol den jetzt auch. Pass auf, ich hol den jetzt auch. Okay, nicht schlecht. Ich schade. Nee. Ich kämpfe mich durch. Ich kämpfe mich durch die Titanic. Was ist denn da jetzt, hä? Da muss doch irgendwo jemand sein. Ist er hier noch? Da. Ich hab ihn. Ja. Alter, nicht schlecht. Ich hab alle geholt, Kaspar. Nicht schlecht. Ja. Nein, aus dem Weg, Kaspar. Wow, Vorsicht. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, wir waren nicht zu schnell. Ich bin auch direkt runter. Ey, wir spielen heute so die richtig krasse Auto-Obby, ne? Guck mal, es gibt so neue Levels. Es wird so krass werden. Guck mal diese... Alter, was ist denn hier jetzt? Was ist doch... Oh, pass auf, pass auf. Das sieht echt richtig crazy aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab das jetzt auch jetzt mal geschafft. Und ich glaube, den Checkpoint hab ich jetzt, oder? Hast du den? Ja, dann hast du das bekommen. Gott sei Dank. Okay, jetzt kann man hier auch weitergehen. Da muss man auch vorsichtig fahren. Das ist ja voll leicht. Was ist denn hier schwer? Ja, also du hängst da die ganze Zeit. Ich muss die ganze Zeit auf dich warten. Hä, wieso? Das fand ich jetzt nicht so schwer, diese Orangeln. Da fand sie schwer. Die Orangeln waren total einfach. Das heißt... Oh, jetzt hier, pass auf bei den Spikes. Oh, meine Reifen. Oh, meine Reifen sind weggefahren. Hat er die zerplatzt, oder was? Ah. Naja, die ist einfach durchgezogen auf einmal. Der hat mein Auto gekratzt. Oh, nein. Oh, was machst du denn? Was machst du denn? Ich mach's gut. Nein. Ich muss los. Oh Gott. Ich hab hier unten noch ein Gespräch. Ich guck jetzt mal ganz kurz. Hier wird nämlich ein neues Auto. Oh. Die muss man sich kaufen mit diesen Engelsachen. So, ich hab jetzt eine Idee. Man muss nämlich kaufen mit den Engelsachen. Und die muss man jetzt freischalten gleich. Was für Engelsachen? Diese Wiedergeburten. Die können wir uns auch kaufen. Oh Gott, oh Gott. Jetzt aber rüber. Mein Auto ist schon ein bisschen demoliert, würde ich fast sagen. Aber... Ist, äh, blau ist ein bisschen kaputt. Oh, ich komm rüber hier. Ich komm rüber. Oh Gott. Achtung, der Hammer. Was macht mein Auto? Hilfe. Was macht mein Auto? Wieso? Was macht dein Auto? Mein Auto macht Braindance. Was machst du da? Mein Auto tanzt rum. Ich mach gar nichts. Ich drück gar nichts. Was steuert auf einmal los? Okay, das ist... Guck dir das mal an. Das sah jetzt echt gar ein bisschen komisch aus. So, pass auf. Ich hab jetzt hier den Hammer des Todes. Jaaaai. Oh, nein. Ey, ich bin jetzt auch gerade untergefallen. Genau dann. Bist du auch gerade? Ja, ja, ich zeig dir mal, wie das funktioniert so. Ey, das kann doch nicht sein. Nein! Alter, jetzt komm schon. Ich muss aber nur Glück haben, dass man den immer nicht vom Hammer angehauen wird. Wieso Glück? Da musst du halt ein paar Mal probieren. Ey! Ich hab jetzt die Lösung, okay? Und zwar musst du den hier machen. Pass auf. Hupen. Zeig mal. Hupen. Hast du gesehen? Ich hab gehupt. Oh mein Gott. Deswegen, ich hab gehupt. Nicht schlecht. Ich kann wieder Lichter vorne anmachen. So, jetzt hier die Treppen runterdüsen. Oh Gott, oh Gott. Aber kein Problem. Das ist alles kein Problem. Vorsichtig. Was ist das denn jetzt? Schleim oder was? Das ist echt... Ey, das ist echt Schleim. Oh nein. Was ist denn das jetzt? Das muss man denn hier machen? So, warte. Ey, man wird hier voll weit weggehauen. Niemand wird weit weggehauen. Ich sag nur eine Sache. Du musst hier ganz vorsichtig fahren bei den Sachen. Wie fährst du? Wie fährst du? Pass auf, die hauen dich ganz weit zurück, wenn du die berührst. Okay, du hast recht. Du hast recht. Ey. Und vorbei. So, ich hab's auch. Ich werd hier gemobbt. Ich werd hier gemobbt. Hier stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt irgendwas nicht. Warte. Oh Gott sei Dank. Warte, warte, warte. Ich hab's jetzt gleich. Ich bin gerade am Anfang. Ja, du wirst echt gemobbt. Au, 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 au. Na komm, na komm. Au, au, au. Ich warte hier auf dich. Okay, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Kein Problem. Okay, jetzt mit Vollgas. Einfach nur Vollgas rüber. Was ist denn das hier? Schneelawine oder was war das? Ja, ja, ja. Die wackelige Welt. Oh, hier. Durch den Regen. Nein. Na, beide. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Das ist aber immer auch sein Auto, wie er spawnen muss. Dass man es so auswählen muss. Ja, das ist nervig. Jetzt, 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 jetzt. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, na. Hilfe. Abstimm mich ab. Nicht gelöscht. Was? Oh mein Gott, ich konnte mich retten durch wieder respawnieren. Oh mein Gott, wir können jetzt nicht mehr zurückgehen, glaube ich. Der Abstimm wurde hinter uns gelöscht. Du siehst ihn nicht mehr, oder? Aber du siehst mich noch, oder? Ich seh den noch, ich seh den noch. Aber der wurde, glaube ich, gelöscht oder so. Hier und drü- Nein. Ich hab's nicht. Ich glaube, du musst aber auch mit Geschwindigkeit fahren. Guck mal, ich mach's das nochmal ganz kurz vor dir. Einfach nur hier, zeig, wie schlecht du bist. So. Oh mein Gott. Wieder geschafft. Ich auf dem Rücken. Ja, ich auch. Hast du geschafft jetzt? Ja, ich hab's auf dem Rücken gerade geschafft. Kannst du nur kurz zeigen, wie einfach das ist? Ja, korrekt, korrekt. Danke, danke. Hier geht's bestimmt mit ganz viel Geschwindigkeit. Ah. Nein, mein Auto ist... Muss schnell sein. Muss ganz schnell sein. Oh Gott, nein. Mein Auto war schraubt, ey. Oh. Ey, das war gerade mega, mega knapp. Wieso ist das hier für Teile? Ah. Ja, die sind ein bisschen... Ey. Ach, Mann, die sind ein bisschen schwie... Meine Motor... Aua. Mein Auto wird hier gerade auseinandergeknüppelt. Ja, du musst da ein bisschen Slalom fahren. So, jetzt hab ich's. Ja, jetzt hab ich's. Mein Auto ist ein bisschen... Ich glaub, ich hab mein Motor verloren. Ey. Nein, na komm, na komm. Was machst du? Alter, du fährst die Kutsche. Ich kann nicht mehr lenken. Das ist eine Kutsche. Ich kann nicht mehr lenken. Aaaaaah. Drück... Nein. Das war eine Kutsche, weißt du? Das war gerade echt so eine Kutsche. Gladiator-Kutsche oder sowas. Warte, jetzt mal jetzt links. Ah. Warte mal, der Trick ist, einfach rückwärts zu fahren. Okay, pass auf hier. Guck mal, rückwärts. Ja, ich seh ja, was das für ein Trick ist, aber ich komm auch mal wieder zu... Soll ich mal wieder zurückkommen? Muss man Slalom fahren, oder was? Guck mal, ich komm einfach wieder zurück zu... Ja, man muss... Ja, natürlich muss man Slalom fahren. Wie soll das denn sonst funktionieren? Ich dachte, im richtigen Moment musst du da durch. Okay, warte, ich komm jetzt hier. So, Auto. Ey, Slalom hier rechts, immer rechts, links. Oh, weg hier. Ah, rechts, links. Das war knapp, ja. Dann rechts, dann links. I, ach so, easy. Ja. Ja, mit Slalom ist echt easy. So, wir gehen weiter. Oh, was ist hier jetzt? Ey, ich bin nicht um die Kurve gekommen gerade. Ey, man darf hier nicht so schnell fahren, glaube ich. Genau, man darf echt nicht so schnell fahren. So, hier hat man zurück noch eine Bande. Hab ich. Oh. Na, komm schon. Bist du oben, oder was? Ich seh dich oben gerade. Ich bin schon oben hier. Ich bin schon oben. Ich hupp hier auch schon rum. Sehr gut. Meine Lichter gehen auch nicht mehr. Die sind schon kaputt. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Ah, okay, okay, okay. Wir müssen hier nicht hoch. Ja, hier direkt hoch. Nein, nein. Oh mein Gott, ich wäre fast runtergefallen nach hinten. Das war knapp. So, aber ich hab's auch. Sehr gut. Oh Gott. Die Burg gehört mir. Oh Gott, ich hänge fest beim Sprung. Alter, F, 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 muss F drücken. Nein. Was machst du? Du hättest F drücken müssen. Nein. Dann hätte der sich wieder befreit. Okay, warte, warte, ich komm jetzt hoch. Kein Problem. Nein, was passiert? Oh nein. Das Schneckengehirn schlägt zu. Gar nicht. So, okay, ich bin jetzt hier am nächsten. Ich lauf das Ganze jetzt zum Checkpoint. Ach, hier sind Panzer? Schließen die einen ab, oder was? Nicht. Mein Auto ist aber nicht gespawnt. Der war mein Auto kleiner. Oh, 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 oh Gott. Hä, mein Auto spawnt nicht mehr. Ich kann jetzt laufen, oder was? Was? Wie dein Auto spawnt nicht? Mein Auto ist nicht mehr da. Das kommt nicht mehr. Ich fahr mal hier mit. Nee, auch ab jetzt hier. Geht nicht, geht nicht. Das liegt an einem Schneckengehirn. Kann ich dann jetzt wieder. Wie geht denn das? Mein Auto spawnt nicht. Wie dein Auto spawnt nicht? Es geht nicht mehr. Ich kann es nicht spawnen. Ey, dann musst du so dingsen. So, okay, dann bin ich doch. Auto wieder am Start. Pass auf die Panzer auf. Na, die schießt ein. Ich bin nicht so. Alter. Oh. Mein Auto war immer so schnell, so luftig. Das war das Problem. Ja, das war auch richtig, richtig schwer auf einmal. Mein Auto ist auch schon wieder gut kaputt geschossen worden. So, jetzt, 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 jetzt. Ah, ah, okay, ich wurde ein bisschen angeschossen. Alter, guck mal, unsere Autos sehen fast gleich aus. Ein bisschen, ja, ein bisschen. Oh nein. Das stand gerade wieder abschnittgelöscht. Alter. Das ist ja mega schwer. Ich glaube, wir brauchen diesen krassen Truck. Das ist mega schwer. Den Monster Truck. Ja, hol den mal. Ich bin echt gespannt, was du für eine Überraschung für mich hast. Oh, der kostet 700 Robux. Okay, ich kaufe ihn jetzt. Ich habe jetzt mir den krassen Monster Truck hier jetzt geholt. Okay, ist gekauft. Oh mein Gott. Yo. Alter, der Teufels Truck. Oh. Ich glaube, ich musste hier echt einfach, ich musste hier in der Mitte einfach rüber düsen. Ja. Ey, mein Auto spauen schon wieder nicht. Was soll das? Das ist ja, weil du einfach ein geringen Verdiener bist. Du kannst dir die Abenteuerung nicht leisten. Was ist denn mein Auto? So, warte. So, Spawn. Ich komme jetzt hier mit dem Monster Truck. Oh, das ist aber cool. Der Monster Truck ist cool. Wie schaffst du das? Wie schaffst du das? Ich komme da gar nicht so rein. Der ist nicht cool. Schreibt mir in die Kommentare, wie cool ihr den findet, Leute. Skala von 1 bis 10. 10 ist super cool. Ich finde den auch cool. 1 ist super doof. So, ich schaffe es jetzt vor dir. Ich schaffe es jetzt vor dir. Niemals. Niemals. Abwarten, Kollege. Ich habe es jetzt raus. Mit meinem 600-Berobachs-Monster Truck. Wow. Hast du es? Ja, Mann. Der Diablo. Oh, ach Mann. Das kann sich jetzt um Jahre handeln, bis ich das geschafft habe. Was ist das denn hier? Ja, ich werde es ganz so ziemlich überwenden. Oh, rechts, links, rechts. Und... Ja, ich habe es auch. Du Schummler. Wieso Schummler? Du hast übersprungen die Stage. Habe ich gar nicht. Das habe ich genau gesehen. Ich habe dich nämlich nicht gesehen. Ich bin da gerade gefahren. Ich bin da gerade eben gefahren. Komm schon. Ach Mann, ey. Hast du mich nicht fahren sehen? Doch, doch, doch. Natürlich. Durch die Matrix bist du vielleicht gefahren. Okay. Für Robux bin ich gefahren. Okay, der Monster Truck ist echt ein bisschen bouncy, muss ich sagen. Also ein bisschen schwieriger oder einfacher, würdest du sagen. Oh, schön langsam. Oh, nee. Oh, nee. Das ist... Hä? Ah, das ist verschieden. Okay, okay. Ich habe es jetzt. Ich habe es jetzt. Ja, warte mal. Warte mal. Ich habe eine Idee. Er ist auf jeden Fall... Also, der ist cool. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. So viel ist auf jeden Fall sichert. Nimm. Du bist hier schön vorsichtig hoch. So. Okay, der nächste ist wieder ein bisschen blöd. Oh, ey. Hey, was macht der? Sag mal. Ich glaube, dass der Rückkehrs fährt. Ey, du darfst nicht hoch. Ey, du musst beim nächsten... Ich komme hier nicht hoch. Wie, du bist immer hier oben? Ach, da bist du noch. Nee, ich komme hier nicht hoch. Du bist immer noch da. Ich komme hier nicht hoch. Wie schlecht. Hat doch gesagt. Wie schlecht. So, hier jetzt aber... Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Das hast du nur wegen dem Monster Truck geschafft. Nee, nee. Ja, mach ich doch. Guck mal, wie das Auto sich dreht. Das hat sich bei dir nicht gedreht. Es hat sich bei dir nicht gedreht. Klar. Bei deinem Monster Truck... Ich habe es kontrolliert. Guck mal, bei mir dreht es das auch. Wißt du das? Bei mir dreht es mein Auto genauso wie deins. Ja, okay, okay, okay. Du musst halt nur... Ich kann das nicht kontrollieren. Wie drehst du das? Guck mal. So, dann so. Ja, so fährt meiner gar nicht. Guck mal, wie meiner fährt. Ja, guck mal einer an. Mann, wie dreht denn der ab die ganze Zeit? Was soll das? Oh, jubi. Ja, siehst du? Alles entspannt. So, jetzt der Nächste ist schwierig. Da darf man nämlich nicht vom Gas drunter gehen. Aber nicht vom Gas drunter, weil sonst was passiert? Wow, ich habe ihn geschafft. Ich habe ihn geschafft. Wow. Wow, have first try. Ja, der ist ja vielleicht... Guck mal, ich spiele auch ein Herders Level gerade mit meinem Monster Truck. Ist locker viel schwieriger mit dem. Das ist ja wohl niemals... Der hat sechs als Robots Gold, als wenn das schwieriger ist. Der ist schwieriger. Niemals. 100%. Niemals. Der sieht nur cooler aus. Der sieht nur cooler aus. Der sieht nur cooler aus. Achtung. Nein. Oh, oh. Oh nein. Die Läser sind doch richtig crazy. Das war voll unfair gerade. Oh, ja. Ich habe es. Ich habe es. Gott sei Dank. Okay. Aber das ging schon. Das ging schon. So, hier weiter. Was ist das denn jetzt? Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Der unsichtbare Weg, oder was? Ja, easy. Ah. Ah. Oh nein. Oh nein. Alles gut. Alles gut. Ich wurde gemobbt. Ich wurde gemobbt. Ha. Das siehst du mal mit deinem riesigen, dicken Monster. Ja. Kommst du da gar nicht so easy lang. Ich habe nur gesagt, dass es schwieriger ist mit meinem. Ha. Weißt du schon, wie schwierig das ist? Das ist ja wirklich für Babys, wie du das sagst. Nein, nein. Du hast doch gesagt, dass er dicke schwieriger ist. Na, der ist nicht schwieriger. Guck mal. Der fällt sogar auf die Seite. Einfach so. Oh, guck mal. Ach, Mann. Mein Auto verbrennt hier. Ey, du musst warten, bis die Lava weg ist. Ja, natürlich. Denkst du, ich will durch die Lava fahren? Oh, nein. Ich dachte, das schaffe ich doch gerade so rüber. So, jetzt verschwindet sie. Jetzt ist sie verschwunden. Oh. Okay, du musst halt echt nur krass warten. So, hier ist sie auch gerade verschwunden. Ah. Alter, da traust du dich aber auch was, ne? Natürlich. Ich bin ja hier kein Weichei. Ey, da hast du dich rüber getraut. Na, du warst aber schneller als ich, ne? Deswegen habe ich... Oh, ey. Nein. Oh, nein. Ich habe nur meine Reifler mit gerührt. Ich bin gecrashed. Ich bin gecrashed. Nein, verdammt. Ey, jetzt muss ich von vorne wieder anfangen. Ich habe zu wenig Speed gehabt gerade. So, hier muss man doch nicht warten. Oh, ja, hier muss ich jetzt warten. Ha. Oh, und durch hier. So, kein Problem. Wieso? Anfänger, wir sind auch genau gleich auf. So, jetzt hier. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, mit Speed. Mit Speed. Ja, nein. Hä? Jetzt muss man hier ja richtig mit Speed rum. Was soll das denn? Oh, Mann. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe es geschafft. Du hast es sehr gut. Ich habe es geschafft. Ja. Ja. Nein. Und jetzt, jetzt hoch, jetzt hoch, jetzt hoch. Ja. Und ich habe den Checkpoint. Jetzt heißt es erstmal chillig entspannen. Wieso? Sagst du chillig entspannen? Ich bin doch schon da. Ich bin doch schon bei dir. Ich bin doch schon bei dir. Der kauft dich ja alles frei, Leute. Wieso? Du kaufst dir für 600 Robux und Monster Truck der beste Affairn als meiner. Ich spiele wenigstens die Runden. Ja, und ich spiele... Ja, ja, mein Gott. Ich spiele mal springen die halt. Aber du hast ja auch so ein Profi-Ding da gekauft. Nee, das ist viel schwieriger damit. Das ist viel einfacher damit. Das ist ja wohl viel einfacher damit. Gar nicht, Alter. Der sieht nur cooler aus. Natürlich. Guck da mal. Ja, was? So, jetzt. Ja, so. Und jetzt schön mit Geschwindigkeit hier hoch. Und zack. Och, nee. Ey. Ja. Ja. Ich gehe wieder zurück. Nein. Ich auch. Ich rutsche die ganze Zeit wieder runter. Nein. Ich schaffe es jetzt. Ich bin jetzt hier links hoch. Ja, okay. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich sage dir, weil das mit Monster Truck zehnmal leichter ist. Alter, das ist jetzt immer so Mario-Level oder sowas. Schön hoch und nach links, nach links, nach links, nach links. Was soll das? Was soll das? Na komm schon. Warte mal. Nochmal, nochmal. Oh, das ist hier schon sehr wackelig. Das ist. Ich komme hier nicht weiter. Hast du nicht mal einen Tau dabei oder was? Du hast auch so einen Monster Truck. Ich habe da so einen kleinen hier, so einen Teufelschwanz hinten dran. Ja, habe ich jetzt schon gesehen. Okay, warte. Und. Ich greife den Teufelschwanz. Ja. Gott sei Dank. Endlich, Alter. Das haben wir schon. Jetzt gehen wir hier schon beim Mario-Level. Oh, und ich fall hier wieder runter. Aua. Ganz toll. Hä? Oh mein Gott. Müssen wir etwas freischalten erst, oder was? Zeig mal, zeig mal. Ah, jetzt ist grün. Ach so. Hä? Was soll der denn sein? Ah. Ich bin ja voll durch die Raketen durchgeflogen. Hä? Ich auch? Bei mir ist die ganze Zeit grün. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Nein. Was muss ich? Was warst du da? Ich werde hier hin und her. Ich werde gemobbt. Ich werde gemobbt. Alter. Nein. Okay, also man muss warten, bis die andere Wand grün ist, oder was? Ich muss warten, bis meins grün ist. Jetzt. Durch. Okay, und jetzt rein, jetzt rein und jetzt was? Ach, Mann. Rupen. Warte, ich muss Licht gehen. Ich zeig dir, wie es geht. Drei. Licht. Zwei. Eins. Ja. Okay. Warte mal, ich glaube, ich chill noch. Ich glaube, ich chill noch, oder? Ich glaube, es ist noch schlau zu chillen, oder nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die ganzen Raketen. Oh mein Gott. Oha. Rückwärts. Oh, oh. Rückwärts. Rückwärts. Das müssen wir warten, bis es grün ist, oder was? Vorwärts, vorwärts. Nur rückwärts, vorwärts die ganze Zeit. Bis es grün ist, müssen wir warten. Ja. Ja, ja, ja. Oh Gott. So, rückwärts, vorwärts. Ja, vorwärts. Oh, oh. Hier wieder vorwärts. Oh. Rückwärts. Sag mal, mach doch jetzt. Warum wird das nicht grün? Zwei, eins. Oh. Oh mein Gott. Ja. Ich hab's. Ja. Level 100 erreicht. Ich hab's auch. Danke fürs Spiel. Wir haben's. Ja. Und jetzt, was ist die Überraschung? Was ist jetzt meine Überraschung? Das ist die Überraschung. Wir haben so einen richtig coolen Stuntpark. Oh mein Gott, wie cool. Wie krass ist das? Hey, komm, wie cool das aussieht. Wir können hier alles mögliche machen. Das ist übertrieben krass, ne? Wir können das so. Alter, auch hier so Looping und so. Ey, wie cool, wir haben's auch durchgespielt. Wir können durch so einen Tunnel und so fahren. Wir haben hier vorne über Autos rüberspringen. Nicht schlecht, ey, nicht schlecht. Auf die zwei Reifen auch so fahren. Nee, nee. Hier übers Wasser rüber. Also richtig coole Sache auf jeden Fall, Leute. Ja, Mann. Was geht ab, Kasper? Guck mal. Wir sind bei Roblox Jenga drin. Wir sind auf so einem Jenga-Turm. Oh mein Gott, pass auf. Was war das denn gerade? Der hat gerade eine goldene. Oh nein. Wow. Der will uns zum Runterfallen bringen. Sehe ich gerade. Stimmt, der macht den Turm. Der lässt den Turm einstürzen. Oh Gott. Okay, ich hoffe, das ist gerade schlau, dass wir oben sind, ne? Ich hoffe, das ist noch schlauer. Wir müssen hier auf dem Turm so lange, wie wir können überleben. Und wir schicken immer weiter Sachen runter. Da wurde schon ein Block rausgeschoben, sehe ich gerade. Da wurde schon ein Block rausgeschoben. Alter, stimmt. Wow. Das ging schnell. Oh mein Gott. Noch einer? Ja, noch ein zweiter. Jetzt liegen da schon. Wow. Oh mein Gott. Ja. Nein. Bist du draufgegangen? Ja, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Ich bin auf jeden Fall noch hier oben drauf. Oh. Hier ist noch diese goldene Nukesicht gerade, ne? Komm, schieß nochmal hier mit deinem Dingens. Trau dich doch, ne? Ja, der kommt da. Und. Wow. Das war gerade so knapp, ne? Ey, wenn er das jetzt runterhaut, ne? Alter. Ja, soll ich... Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es sind so viele runtergefallen gerade, ne? Es sind so viele gerade draufgegangen. Ich bin noch hier oben. Du kriegst mich gar nicht. Aha. Oh mein Gott. Ich seh dich da. Du kriegst mich niemals. Boom. Oh Gott. Du bist ja komplett runterge... Hä? Nein, nein. Ich bin noch oben drauf. Du bist komplett runterge... Du schwebst. Wie ich schwebe. Du bist der letzte Überlebende. Oder einer der letzten Überlebenden. Wow. Alter, ich bin fast Dreck getroffen. Ich bin noch gut oben drauf. Sieht gerade. Sieht mir ja ab, sagt mal. Der Turm ist ja voll crazy gerade. Ich bin dann noch sehr gut oben drauf. Mal gucken, ob du jetzt noch schießt hier. Du kannst das. Ja, sehr schön. Trau dich hier, ne? Weiter, 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 weiter. Wow. Was? Ich bin voll weit weggeflogen. Du bist... Alle sind weggeflogen. Das war's mit der Runde. Ich bin noch in der Luft. Ich bin noch in der Luft, Kasper. Ich bin einfach hier mitten irgendwo. Fliegst du noch? Hier ist der Mond. Jetzt bin ich draufgegangen. Ey, was? Ich bin so weit weggeflogen, ne? Das kann doch nicht sein. Vielleicht sind wir auch gleich selber der Schießer, ne? Das wäre cool. Ja, das wäre cool. Dann schmeiß ich dich zuerst runter. Was ist mit her? Ich dachte gerade, du wärst gewesen, weil ich dich nicht gesehen habe. Aber du bist... Nein, nein, nein. Oh Gott, okay, warte mal. Kommt der jetzt da leicht? Ich glaube, der stellt gerade noch die Rampe ein, ne? Okay, mit was schießt der jetzt? Ich bin mal gespannt. Wow, Alter! Einfach... Oh mein Gott! Was? Jetzt sind schon zwei draufgegangen, ne? Pass auf, pass auf! Oh mein Gott! Runter, 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 runter. Warte, ich kann gerade... Ich kann gerade nicht mehr nach oben draufgehen. Das ist natürlich das Problem. Ey! Oh mein Gott! Er hat mich weggehauen. Was? Ich bin hier noch am Start. Ich wurde komplett... Wir sind alle in der Lücke einfach, ne? Ich sehe es gerade, ne? Ich wurde gerade vorweggehauen. Ich bin in die Lücke reingefallen gerade. Was? Er schießt noch ein Auto? Oh Gott. Okay, weil ich gucke mal halt her. Oh mein Gott, bin ich hier so sicher? Ich glaube, ich bin hier auch nicht so sicher hier unten. Ich weiß nicht. Wo bist du denn? Ja, ja, Auto! Oh, viel zu hoch! Das war viel zu hoch, Alter. Oh, jetzt kommt er wieder mit irgendeinem neuen... Oh! Wow! Nein! Was? Er hat so viel geholt gerade, ne? Und noch ein Auto. Yo, noch zwei geholt. Alter, der ist ja richtig gut. Ey, die da vorne muss er... Oh mein Gott, er hätte die da vorne nur treffen müssen direkt, ne? Und er schießt... K... K... Da ist er! Boom! Auto und Boom! Aber er hat keinen... Ey, der hat gerade keinen geholt, ne? Boom! Oh mein Gott, einer wurde zerquetscht! Ich sehe es gerade, er liegt da noch. Er sind noch vier Stück am Leben. Er muss ein bisschen weiter runterstellen, ne? Oh! Was macht der? Der muss doch die Rampe runterstellen, sag mal. Ey, guck mal, die sind ausgenockt und stehen wieder... Ne, der ist ausgenockt. Der steht nicht mehr auf. Oh mein Gott, was? Zwei geholt. Zwei Stück geholt. Ich sehe es gerade. Ich glaube es nicht. Und jetzt hier den nächsten. Oh, Rampe runterstellen, ja. Das war gerade mega. Ich will auch hier Schießer werden. Sieht voll spaßig aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und noch ein weg. Oh mein Gott, der ist der letzte jetzt. Alter. Und der Tau hat gewonnen, weil er den Asphaltboden berührt hat. Der wählt gerade, was sieht er aus? Okay, er kommt jetzt. Er kommt jetzt. Hab ich das gerade gesehen? Ja, stimmt. Jetzt kommt er... Und? Und was schießt er jetzt? Und was schießt er? Und beim Auto... Wow, was? Er kommt direkt unten auf den Turm. Er macht direkt hier fast das erste Ding raus, ne? Dir ist klar, wenn er unten alles weghaut, Alter, dann fällt der ganze Turm in sich zusammen, ne? Ich glaube, es ist schlauer, von oben ist er unten zu arbeiten. Glaube ich auch. Ich glaube, ich glaube ich auch. Dass er schlauer ist. Und den können die Leute auch nicht... Oh, bam, okay. Oh mein Gott, die ersten beiden Blöcke sind schon runtergefallen. Es sind direkt schon zwei Blöcke. Oh mein Gott. Die gehen jetzt direkt nach unten, die Leute. Die gehen jetzt direkt nach unten. Ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Oh mein Gott. Wow, Alter. Was? Ich dachte gerade, es sind voll viele... Wow. Alter. Das war gerade so knapp, ne? Ich habe mich gerade fast geholt. Alter, das sieht aber so aus, als würden die runterfallen irgendwie. Oh mein Gott. Gut, dass ich da runtergesprungen bin. Ich weiß, ich weiß gut, dass du runtergesprungen bist. So, komm schon, hä? Trau dich mit deinen blöden Autos. Oh nein, 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 nein. Das kann doch nicht sein, dass wir da draufgegangen sind. Das ist doch unglaublich. Guck mal, wir sind hier wieder oben drauf, Alter. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ja, ja, da kommt direkt hier der erste schon. Oh. Oh mein Gott, okay, wollen wir es probieren? Wollen wir es probieren? Oh mein Gott. Einer ist runtergefallen. Oh mein Gott, Alter, wie krass wir hier am Start sind. Wo bist du denn jetzt? Also du bist da neben mir. Hier neben dir. Oh Gott, die macht glaube ich gerade das Ding höher, ne? Die Kanone ready glaube ich auch, ja. Das steht locker drüber. Ja, die wird locker rüberschießen. Oh mein Gott. Ja, ja. Die meisten sind noch hier oben drauf, sehe ich gerade, ne? Die sind noch alle oben drauf. Ja, aber es stehen, die meisten stehen schon unten auf diesem Concrete. Ich sehe es gerade. Ich würde auch sagen, ich glaube wir stehen ziemlich gut gerade, oder? Oh mein Gott. Was war das für ein Feuerball? Oh mein Gott, einer ist runtergefallen. Er hat probiert hier rauf zu gehen. So, ich stehe jetzt hier. Wir stehen jetzt alle unten schon auf dem Ding, ne? So, ja, aber wir sind hier alle am Start. Er hat keine Chance gegen uns. Wir sind alle, alle die Gewinner hier. Der sieht glaube ich gar nicht, dass wir alle unten sind. Nur so ganz wenige, nur noch oben. Der versucht noch mal oben erstmal runter zu hauen, glaube ich. Schafft der niemals, Alter. Boom, Alter, der haut hier aber schon vom Jankerturm einiges weg, ne? Aber er hat auch echt komische Dinge. Das war gerade so eine Sonne oder so, die er geschossen hat. Was war das denn, Alter? Oh Gott, ich glaube, er macht die Rampe gerade heute runter, oder? Ne, ne. Ja. Ein bisschen nur für die oben. Boah, Alter. Oh, er hat eingeholt. Ne, ich dachte, das konnte wieder wegspringen. Okay, warte, ich gucke mal. Komm, ich schieße wieder rauf. Oh mein Gott, Feuer. Oh mein Gott. Ja, schön. Schicht für Schicht ist ja anscheinend die Strategie, ne? Ja, und wieder das Ding. Oh. Ah, er ist rübergesprungen einfach. Ne, nichts geholt. Okay. Er ist ausgewichen, der Kollege. Sag mal, der muss die Rampe, glaube ich, mal ein bisschen weiter runterstellen, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch, Alter. Boah, viel zu hoch, sag mal. Wahrscheinlich weiß ich ja gar nicht, wie das geht. Das wäre echt viel zu hoch, Alter. Oh, doch, jetzt Rampe einen runtergestellt. Okay, mal gucken. Und? Schießt die, oder was? Ups. Ja. Oh. Oh, einen mitgenommen. Alter. Der Arme. Ich habe es gesehen. Da wurde der einen mitgenommen gerade. Aber wenn die Rüge... Oh mein Gott. Was war das denn? Das ist ein ganz kleines Teil hat sie geschossen. Das war auch richtig schnell. Das war extrem schnell. Nochmal richtig schnell, Alter. Oh, es ist noch keiner draufgegangen. Die Kanonenkugeln hier, sag mal. So, komm her. Ich schießt hier das Ding, ha? Oh Gott, oh Gott. Die Sonne. Ja. Viel zu hoch. So, komm. Schießt das Ding hier rüber. Und Schuss. Bam. Okay, das sah auf jeden Fall krass. Das sah auf jeden Fall krass aus. Oh. Das macht die... Wow. Was? Was geht ab, Alter? So, komm. Schießt das Ding jetzt hier. Oh mein Gott. Es wird runter. Wow. Langsam kommt er hier auf den richtigen Trichter, glaube ich. Ich bin hier. Booste mich, booste mich. Geht das? Nee, das geht gar nicht. Nein, schade. Oh Mann. Ich glaube, es macht er leicht das Ding runter. Es ist halt nur noch eine oben. Wir sind alle hier unten. Eigentlich müsste er auf uns unten schießen. Oh mein Gott, was? Da wird ein... Alter, die hat die Ehre genommen. Die ist so gegen die Wand geklatscht. Alter, so gegengeditscht. Die ist so dagegen, wie so eine Fliege. Wie eine Fliege. Schieß doch. Wow, was? Hast du es gesehen? Ich habe mich richtig gedreht. Wir haben gewonnen, Kaspar. Juhu. Guck mal, ich bin jetzt hier... Was? Nein. Ich bin Werfer. Du bist der Werfer? Boom. Oh mein Gott, du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Du bist so schlecht, Kaspar. Bin ich so schlecht? Bam. Was machst du denn da? Jetzt haben wir eine Möglichkeit, da reinzugehen. Ja, 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 Kollege. Du wirst mal sehen, was jetzt hier kommt. Das hier. Also, das ist ja bisher noch gar nichts, Alter, mit deinem billigen Sonnen. Okay, okay. Du wirst also wirklich stressen. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo bin ich? Ist es untergefallen? Nein. Oh mein Gott, wo bin ich, Alter? Bam. Ich bin... Keine Ahnung, wo ich gerade bin, ne? Ich bin der Beste. Ich hau hier nochmal. Und du. Ich bin halt fast, fast untergefallen. Aber jetzt, wo ich gerade bin, das ist unnormal. Und nochmal. Boom. Weg mit den Blöcken. Du wirst niemals sehen, wo ich bin. Ich werde niemals sehen, wo du bist, Kollege. Niemals. 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 Boom. Hast du den jetzt durchs Loch? Dann mache ich den jetzt. Zack. Hä, wie schlecht bist du denn? Wie schlecht. Ja, 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 ja. Okay, warte mal. Dann sagst du, ich bin schlecht, okay? Nehmen wir mal einen Hamburger. Zack. Oh, der eine. Oh, ho, ho, ho. Deine Hutkehulge. Nehmen wir mal ein Boot. Boom. Boom. Oh, mein Gott. Der ganze Turm. Was? Es sind gerade extrem viele draufgegangen, ne? Boom. Und noch einer ist runtergeflogen. Alter, der hat es verquetscht. Noch einer ist runtergeflogen. Okay, okay, okay. Ich sag dir, ich komme da langsam hinterher. Ihr habt keine Chance, überhaupt irgendwas zu überleben. Bam. Oh, mein Gott. Hast du es überlegt? Okay. Okay, okay, okay. Ich sehe dich doch da vorne. Wow, ja. Ja, ich bin jetzt hier in Sicherheit. Ich bin jetzt hier in Sicherheit. Bam. Ey, ich werde es gewinnen, ne? Das war es mit dir, Kaspar. Das kannst du niemals gewinnen, Bro. Das werden wir gewinnen. Das war es mit dir. Das ist keine Chance. Oh, viel zu hoch. Mit dem Bacon. Machen wir mal hier. So, Deine. Jetzt, zack. Oh. Ja. Wir werden gewinnen, weil du schlecht bist. Niemals, Kollege. Oh nein. Weil du schlecht bist. Ich brauche irgendwas Großes. Hier ein Boot. Und Bootfeuer. Nein. Jetzt komme ich nicht mehr weit genug. Zu niedrig, Kollege. Ja, dann guck mal, ob das auch zu niedrig ist. Immer noch. Ich glaube, ich muss ja jetzt in der Zeit springen, wenn du schießt. Boom. Ah. Aber der Tower hat gewonnen, oder? Nein. Das glaube ich nicht. Besser ist das auch. Guck dir das mal an. Der krasse Jenga-Turm, Kaspar. Da ist der krank. Und wir müssen überleben hier drauf. Ich weiß, da vorne ist der Typ jetzt. Oh, er kommt gerade schon. Oh, er schmeißt ein Auto. Pass auf. Oh mein Gott. Er hat gerade schon einen rausgehauen. Ich sehe es gerade. Unter uns gerade. Ich habe echt Angst, dass ich sehe es. Ja, das Loch da. Aber ich habe Angst, dass der jetzt hier gleich irgendwie den richtigen Stein weghaut. Oh. Ich habe auch Angst. Guck mal, jetzt hat er gerade schon einen von oben runtergehauen. Das kann sein. Oh Gott, ich werde jetzt nicht getroffen werden. Guck hin, guck hin, guck hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir stehen auf der Kiffe. Wir stehen irgendwo auf der... Ah. Oh mein Gott. Alter, hast du es gar nicht gesehen? Alter, er schmeißt hier mit Autos einfach. Oh. Nein, 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 nein. Bist du am Leben noch? Hilfe, Kaspar. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du musst hier runterkommen. Du musst hier runterkommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich da hochkommen soll. Oh Gott, der ist jetzt... Er schmeißt auf... Er schmeißt... Oh mein Gott. Alter. Ich überlege gerade, ob Schlau ist vorn oder hinten zu stehen. Ich habe hier, Schlau ist vorn. Oh nein. Was? Du wurdest geholt, oder was? Ja. Ich bin draufgegangen. Oh nein. Er hat das denn auf mich geworfen? Oh, er hat gerade das Ding umgestellt. Oh nein. Alter, ich wurde doppelt weggesmashed. Wie kann das sein? Er hat richtig viele geholt gerade. Aber ich glaube, es ist schlauer, vorne zu stehen. Yo, wir sind jetzt einfach auf goldenen Blöcken, so bronzegold. Alter, wie cool die aussehen. Aber warte mal, da unten ist der Typ, der wirft, ne? Ich weiß, ich glaube, der hat jetzt irgendwie so 30 Sekunden Zeit, um zu werfen, sonst gewinnen wir das Ganze. Ach was. Okay, also bin ich ja mal gespannt. Ich weiß nicht, ob der das drauf hat. Gucken wir mal. Da kommt er, er hat einen Burger und... Oh, der hat schon in einem Block rausgehauen. Das heißt, der hat gefährliche Sachen auf jeden Fall. Stimmt. Start. Oh Gott. Nein. Der will uns komplett zerstören. Das kippt weg, du seid da um. Ich weiß, der will uns komplett zerstören. Ich weiß. Oh mein Gott. Sprung, sprung, sprung. Nein. Oh mein Gott, ich bin gesprungen. Hast du es überlebt? Ich bin hier oben, ja, ja. Ich bin draufgegangen. Alter, hast du richtig viel gestorben. Ich bin richtig gesprungen. Er musste richtig in Richtung Moment springen. Ich sehe es gerade. Oh mein Gott. Oh, pass auf da. Oh, der eine Block. Ich sehe jetzt hier den Burger. Nein, nein, nein. Locker hol dir jetzt den Block. Ich wusste es. Ja. Ich bin Profi. Als wenn du im richtigen Moment springst. Ich bin Profi. Oh mein Gott. Aber der ist auch gut. Der Typ ist auch gut. Ich werde jetzt das ganze gewinnen. Ich werde jetzt Cenga gewinnen. Pass auf, wir müssen wieder den Blau abwerfen. Pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt springe ich in dem Moment. Der ist weg. Hä? Der ist nach rechts gegangen oder so. Ja, er will was aus. Er will was aus. Oh nein, er hat tiefer gestellt. Okay, jetzt muss ich schnell. Pass auf, jetzt wird es blau abschießen. Oh mein Gott. Ich wusste es. Ich wusste es. Alter, aber mir bist du irgendwie schon runtergefallen oder bist du auch immer wieder drauf? Ich bin Profi. Hahaha. Ah, er hat die Ramp am Schaar. Jo, 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 jo. Er trägt schon mir was rausgehauen, glaube ich. Er trägt schon mir was rausgehauen. Okay, ich muss jetzt gucken. Wenn du wüsstest, was der hier gerade macht, ne? Alter, das geht so ab gerade. Der haut die blauen Blöcke komplett weg gleich. Nein, nein, nein. Die hat tiefer gestellt, die Rampe. Nein, nein. Was? Du hast gewonnen? Oh mein Gott. Ich hab Jenga gewonnen. Ja, besser ist das auch. Was? Aber ich will auch mal Jenga gewinnen. Ich will auch mal werfen. Ja, du musst auch noch gewinnen. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, warte mal. Das Ding ist... Oh, das macht auch hoffentlich Spaß. Na, was haben wir denn du? Ja, ich bin sehr gespannt, was der jetzt... Oh Gott, da schmeißt schon was. Oha, er hat direkt schon so ein Ding fast rausgehauen. Ja, ja, ja. Man muss auch immer aufpassen. Auf halb acht hängt das oben raus. Oh, 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 oh. Ja, ich sehe es gerade. Oh, noch so ein Ding. Ach, was? Was echt nicht verkehrt ist. Hey, da unten sind zwei Leute jetzt. Ich sehe es gerade. Hä? Die fallen alle runter. Die killen sich alle. Was machen die denn? Ich glaube, es ist schlau, da unten zu sein oder so. Deswegen macht man sie von unten. Ich glaube, oder? Ist das schlau? Ich weiß es nicht genau. Oh! Oh mein Gott. Ich weiß es noch nicht, weil... Oh mein Gott. Der haut hier wirklich... Ja, der haut hier wirklich gerade die krassen Sachen raus. Nein! Nein, oh mein Gott. Yo! Pass auf, das ist voll schräg hier schon die ganze Sache. Ich weiß, es ist richtig schräg gerade. Oh! Oh mein Gott, ja. Er hat es gerade gemacht, Ku. Oh, warte. Er hat es echt gerade gemacht. Wir müssen im richtigen Mann springen. Wow! Oh mein Gott. Denk dran, wir müssen im richtigen Mann springen. Das ist das Wichtigste. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Und nicht gegen die Wildtonne springen. Weil jetzt ist die Höhe. Oh mein Gott. Oh Gott, wie lange überleben wir hier? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ehrlich gesagt. Jetzt geht es so hoch. Jetzt ist es hoch. Oh ja, ja, ja. Das war ja klar. Er muss die Rampe verstellen. Haha. Ja. Mach, mach schön. Wollen wir auch unter springen? Aber es sieht gut aus für uns. Guck mal, wie viele Leute leben noch? Fünf Leute. Die meisten sind hier unten. Oh, pass auf. Er ist umgestellt. Pass auf. Ich muss springen, Kaspar. Ich muss springen. Oh mein Gott, was ist das? Ich bin hier unten. Ich bin hier unten. Verdammt sags. Oh mein Gott. Nein, hier ist auch ein unten. Okay, dann lass. Warte mal, wir treffen uns. Denk dran. Du musst vorne stehen. Vorne stehen ist, glaube ich, die Meta. Das ist das Wichtigste. Oh nein. Er kommt, er kommt. Er hat die Rampe wieder verstellt, Kaspar. Er geht auf meine Seite, oder? Oh. Oh nein. Oh nein. Proxo. Aua. Ich bin hier ganz oben drauf noch. Los, hol ihn da unten. Mit der dicken Mülltonne. Oh. Oh mein Gott. Was macht der? Glück gehabt gerade. Was macht der? Oh Gott, der trifft aber nicht. Ah. Wieso stellt der die Hörer? Oh Kaspar. Oh nein. Oh nein. Jetzt bist du dran. Ah. Oh mein Gott. Ich bin runter gesprungen im richtigen Moment. Leather. Alter, es ist die letzte Ebene. Nein. 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 Alter, du bist einfach beim letzten drauf gegangen. Ey, es war so knapp gerade. Guck mal. Jetzt der hat gewonnen. Der ist mit dem Punkt. Ach was. Nein. Ey, du warst einfach beim letzten, Kaspar. Es gibt auch Leute, die können auch so richtig krasse Sachen. Wir haben so Autos und sowas. Ja, du kannst das da auswählen. Ich hatte das schon mal gesehen. Du kannst da so alles auswählen, was du willst. Ich weiß, das ist so richtig, richtig crazy. Ich glaube, die Mülltonnen sind tatsächlich am schlausten, wenn einer von uns werfen sollte, weil die am größten sind. Ja, ich glaube, die sind... Also wenn wir die auswählen können. Ich weiß ja nicht. Ich war ja noch nicht Werfer. Ich würde gerne mal Werfer werden. Ja, ja, ja. Ich sag dir. Oh Gott. Was macht der? Ein Ding ist schon raus. Wir müssen uns jetzt zum Eingrassen bringen. Ey, guck mal, wie die schaffen den Sprung einfach da rauf. Ehrlich? Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Bist du runtergefallen? Nein. Ja. Der hat mich direkt runtergekickt. Alter. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt wird der hier oben hinwerfen. Der ist der letzte da oben drauf. Oh. Alter, als wenn du es schaffst. Hätte ich nicht draufgegangen? Die liegen hier. Die sind, glaube ich, draufgekommen. Ah. Nein. Nein. Der hat mich direkt erwischt. Oh. Dieser rote Gewerfer, Kaspar. Oh nein. Oh nein. Hier kann man seine Geschwindigkeit einstellen. Dumpster. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob du das kannst. Ob du da richtig schmeißt. Pass auf. Ich stelle es jetzt hier hin. So warte mal. Place object. Und boop. Ja, mach mal. Oh oh. Hä? Oh Gott. Wie konntest du es einfach hinsetzen? Ja, ja. Du musst es schon auswählen. Ich muss meine Rampe ein bisschen höher machen. So vielleicht. Du würdest mich hier oben niemals bekommen, weil du so schlecht bist. Echt? Du würdest die ganzen Turm umschmeißen, oder was? Ne, pass auf. Ich muss die Rampe noch ein bisschen höher machen. So. Und ich kann meine Speed auch noch erhöhen. Ah ne, geht nicht. Die lachen dich hier oben alle schon aus. Hallo. Wart mal. Ab jetzt hier. Die lachen dich hier. Oh Gott. Zack. Die lachen dich hier alle schon aus. Okay, jetzt kommt hier. Pass auf. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh. Jetzt springen schon die ersten runter. Ihr Schlaf. Wiener. Zack. Wow. Wow. Das war ja ganz, ganz. Ich habe ein paar gerade geholt. So, jetzt habe ich hier die Rampe ein bisschen kleiner gemacht, weil... Es sind schon einige gestorben. Warte mal. Ich will mal ein anderes Objekt auswählen. Ich habe jetzt... Ja, mach mal. Ich kann auch eine Bombe wählen. Hä, Leute. Der ist tot hier. Und hängt da einfach in der Luft. Zack. Wow. Alter. Was? Wo fliege ich denn hin? Ich bin im Weltall. Hä? Ich bin im Weltall. Boom. Digga, du hast mich komplett ins Weltall gehauen. Okay, warte mal. Ich habe noch ein paar andere Objekt. Wo bin ich hingeflogen? Guck mal, jetzt sterben die alle, weil du... Ich habe das alle weggehauen. Ich glaube, die sterben alle noch, weil die alle noch geflogen sind. Alter, ich habe hier oben noch einen Truck. Warte mal. Ich kann einen Truck platzieren. Der ist richtig groß. Ey, du hast mich innerhalb von fünf Sekunden gekillt. Ja. Es sind nur noch fünf... Wo sind denn die ganzen fünf Leute? Vier Leute noch. Die sind alle in der... Du musst da dies hier in der dritten Reihe treffen. Okay, pass auf. Jetzt kommt hier der Truck. Und jetzt aber... Oh! Nee, niedriger, niedriger noch mal. Drei Stufen bestimmt. So, und jetzt... Warte mal, Truck. Auto. Bowling Ball. Warte mal, ich habe jetzt einen Bowling Ball. Zack! Oh! Oh! Warte mal. Jetzt mache ich es so, dass ich den... Das gelbe links! Das gelbe links! Und jetzt... Ja! Das war's! Hä? Einer ist da noch irgendwo. Einer ist da noch irgendwo. Ich sehe den gar nicht. Der ist weggeflogen. Der fliegt ins Weltall geflogen. Wie, der ist ins Weltall geflogen? Ich glaube, der fliegt im Weltall. Ich glaube, das kannst du gar nicht gewinnen. Hä? Der ist nicht mehr auf dem Jenga drauf. Warte mal, der muss auf dieses Ding draufdrücken. Auf diesen blauen Punkt. Ja, das schafft der ja nicht. Dann hau mal alle Steine runter. Yeah! Was? Ey, Werfer zu deinem ist übertrieben cool. Ich will das auch mal machen, sag mal. Ja, ja. So, oh nein. Wir haben erstmal hier wieder überlegen. Jetzt weiß ich auch, was der so alles einstellen kann, ne? Also Geschwindigkeit, Rampe und... Ey, guck mal, der schmeißt... Hat jemanden geschmissen? Dich selber oder so? Ja, hat der echt jemanden geschmissen? Du musst die Rampe halt viel höher einstellen. Ja, man, der ist ja richtig los. Weil der ist erstmal unten wieder weggehauen. Ja. Oh, ja. Oh mein Gott. Aber nicht, dass der ganze Turm auf einmal umkippt, ne? Oh mein Gott. Es gehen alle runter. Ich glaube, das ist voll clever. Ich mach jetzt auch mal. Ich will jetzt auch runterspringen. Oh! Ich bin unten. Was machst du? Oha, ich bin direkt hier unten. Ich trau mich das nicht. Mit vier anderen. Ah! Der geht nur auf unten. Pass auf! Ich wurde geholt. Jetzt! Komm schon! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Der wird uns niemals holen! Ich will jetzt einmal gewinnen! Komm, gönn doch! Ja, pass auf, wir gewinnen jetzt. Das ist jetzt die Gewinnerrunde. Okay, okay, okay. Ich hab das auch im Blut. Jetzt! Oh, der ist, glaub ich, hier. Er macht denselben Fehler, glaub ich, wie eben. Der hat jetzt auch seine Bote. Oh nein. Der ganze Turm wird jetzt nicht umkippen. Nach vorne. Geh hin, nach hinten. Geh hin, nach hinten. Der wird nach vorne umkippen. Wieso? Der wird gleich, der wird gleich nach vorne umkippen. Ich sag's dir, du bist jetzt. Oh ja, du hast recht. Oh ja, du hast recht. Es sieht auch ganz schön aus. Oh nein! Jetzt noch wieder gerade. Ne, ne, jetzt wird eine Sache, eine Sache wird jetzt weghauen. In welche Richtung kippt der jetzt um? Oh! Oh Gott, das ist gerade sehr betretlich. Geh hier rüber! Geh hier rüber! Du musst hier rüber! Oh! 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 Hey! Es war so knapp, ich hab's nicht geschafft. Ich war einmal drauf, dann bin ich wieder runtergefallen. Alter, du musst das nur in den Knopf frei machen. Und wir sind fünf Leute, die beim Knopf sind. Ey, der wird jetzt einmal krass schießen gegen diese beiden Sachen da und dann war's das mit euch, ne? Der hat, der hat, der hat, ja, ja. Nein, nein, der, der hat verloren, Digga. Guck mal, der Knopf ist schon fast da. Wieso? Dann drücke drauf! Geht ihr, wir können doch nicht ganz, der muss frei sein. Oh, warte, wir haben hier fast. Wir schieben dann alles weg. Wir gewinnen 3, 2, 1. Ja! Ja! Sehr gut! Ja! Ja, wirfst du? Ich kann werfen! Okay, Kaspar, sehr gut. Oh mein Gott, hier das Boot! Okay, jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert. Ich mach erstmal die Rampe ein bisschen höher. Dann testen wir das Ganze mal aus und ich würde sagen, zack! Wow! Okay, ich muss noch mal. Ich will aber... Du bist ja richtig schlecht. Du sagst nicht, ich bin... Guck mal, wie viele da gerade runterfallen. Guck mal da, wie viele runterfallen. Du bist ja richtig schlecht, Kaspar. Richtig schlecht, also. Dann mach ich mal den hier! Ja, es war voll schlecht. Du hast noch nicht mal ein Ding weggemacht. Hä? Ich hab gar keinen Truck... Doch jetzt hier... Truck! Bam! Und Boom! Also echt, das ist ja übertrieben schlecht. Wieso schlecht? Glaub mal, dass das gleich abgeht. Hä? Glaub mal, dass der ganze Turm gleich runterfällt. Ja, bis jetzt ist ja auf jeden Fall noch kein Turm runtergefallen. Und zack! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich stell die Rampe mal noch höher. Machen wir mal den hier, so. 34. Und zack! Okay, okay, okay. Bam! Was sagst du jetzt, hä? Einen hast du jetzt geholt gerade. Was sagst du jetzt? Bam! Ich sag's, früher oder später wirst du hier auch noch runterfallen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, 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 ja. So langsam aber sicher. Ja! So langsam aber sicher! Oh mein Gott! Willst du rum bei uns das Auto? Oh mein Gott! So langsam hau ich hier wirklich alles weg. Oh mein Gott! Okay, ist... Ja, sind Nummer zwei draufgegangen? Ja, ja, ja. Das ist ja. Ich hab ja genug Zeit. Ja, ja. Mach du mal, ne? Ich bin hier auf jeden Fall grad noch sehr, sehr entspannt. Okay, machen wir den hier. Bam! Und Boom! Oh mein Gott! Oh, das steht echt clever da, ne? Die kannst du gefühlt gar nicht sehen. Jetzt hab ich ne Idee. Bam! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und... Zack! Auto direkt nochmal drauf! Es ist aber keiner draufgegangen, ne? Ey, wo billig! Oha! Hier, ich fahr die Rampe nochmal ein bisschen runter. Zack! Und... Boom! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Nein! Na wer ist jetzt gut? Ey, das kann doch nicht sein! Na wer ist jetzt gut? Und bam! Nochmal! Jetzt bin ich auch auf deine Seite. Jetzt hol ich sie dir alle. Okay, korrekt, korrekt. Ich werde alle killen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh... Oh mein Gott! Es ist keiner draufgegangen. Ich muss tiefer stellen hier, ne? So, sag mal wie tief ich ungefähr stellen muss. Ich kann das von hier schlecht sehen. Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer. So, mach mal das hier. Truck. Stell ich mal so ein. Bam! Reicht das schon? Ne, 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 du musst ein bisschen höher. Zu tief. Ne, ne, du musst ein bisschen höher. 1, 2 höher. Zu tief. Das ist frei. Der sieht aus wie ich von der Ferne. Oh, pass auf! Was schießt denn der da? Der schießt ja die Sonne zurück zur Sonne. Pass auf, der hat irgendwas krasses. Der hat nur eine krasse gekaufte Waffe oder so. Oh mein Gott! Oh, der schießt noch zu hoch. Der wills nämlich direkt... Es ist glaube ich echt schlauer, von oben nach unten zu gehen, ne? Ja. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Ja, aber guck mal, der checkt das nicht, Digga, dass er zu hoch steht. Das checkt der gar nicht. Jetzt gleich, jetzt gleich, aber jetzt gleich, aber der stellt glaube ich noch tiefer jetzt. Nein, nein, der muss jetzt noch tiefer stellen. Das checkt der gar nicht. Nimm mal noch zu hoch. Hä? Der schießt jetzt wieder zu hoch, pass auf. Was macht der denn? Ah, jetzt, jetzt stellt er um. Jetzt stellt er tiefer. Oh, und wie viel stellt er tiefer? Ah. Und er wechselt das Material. Er wechselt das Ding. Kann auch sein. Ja, das bringt doch nichts. Er muss die Höhe ändern. Ist so, Alter. Oh, Alter, Mann, das ist doch viel zu hoch. Sein richtiger Dulli. Alter, wie schlecht ist der? Der checkt das ja gar nicht. Guck, er stellt es immer noch nicht um. Hä? Was? Alter. Guck, die hat er gekillt gerade. Damit hat ja gar keiner gerechnet. Alter, damit hat er gerade richtig viele... Das war auch voll schnell, das Ding, ne? Oh Gott. Er geht auf uns, er geht auf uns. Lass ihn runter springen, oder? Ne, ich weiß nicht, ob ich runter springen möchte. Oh doch, er geht auf uns, er geht auf uns. Nein, jetzt bin ich runter übersprungen. Ja, aber das ist nicht schlimm, ich auch. Ist nicht schlimm. Okay, komm, wir locken ihn mal hier fort. Oh! Aber er ist immer noch zu hoch. Er hat ihn genau getroffen, glaube ich gerade. Ehrlich? Stimmt. Ich glaube, ich habe ihn genau weggehauen. Aber guck mal, jetzt sind wir entspannt, jetzt ist er viel zu... Oh nein, er stellt es runter oder so, ne? Ja. Die Rampe geht... Er wechselt, glaube ich. Er kann doch sagen, dass er links wechselt. Ja, aber warum macht er denn die Rampe nicht weiter runter? Er muss die... Oh mein Gott! Nein! Du liegst hier! Nein, ich zieh dich hoch, ich zieh dich wieder hin. Er hat die Geschwindigkeit geändert, nicht den Winkel. Nein! Guck's auch! Ah! Das war's auf jeden Fall gewesen, Freunde. Wenn ihr noch mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt euch bei mir aus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!